Wenn du ein kleines Würstchen bist, dann bist du ne arme Sau. Wenn du dich angesetze nicht, dann wanderst in den Bau. Wenn du aber ein reicher Mann, dann kaufst du dich einfach frei. Wie Geld man alles kaufen kann, es ist ne Sauerei. Wenn du erst einmal oben bist und bist ein hohes Tier, dann kannst du machen, was du willst. Man sitzt doch bei Hartz IV. Die Werte des Gesetzes durchs Not im kleinen Wicht. Die Große lässt man laufen, das hört die Herren doch nicht. Wenn du ein kleines Würstchen bist, dann bist du ne arme Sau. Wenn du dich angesetze nicht, dann wanderst in den Bau. Wenn du aber ein reicher Mann, dann kaufst du dich einfach frei. Wie Geld man alles kaufen kann, das ist ne Sauerei. Wenn du reich bist und hast was angestellt, dann ist das kein Problem. Du bist doch auch ein Mann von Welt und das ist wunderschön. Du kaufst dich bei Gerichtern frei mit deinem vielen Geld. Du kannst doch kaufen, du kannst doch kaufen, was du willst. Du bist ein Mann von Welt. Wenn du ein kleines Würstchen bist, dann bist du ne arme Sau. Wenn du dich angesetze nicht, dann wanderst in den Bau. Wenn du aber ein reicher Mann, dann kaufst dich einfach frei. Wie Geld man alles kaufen kann, das ist ne Sauerei. Wenn du ein kleines Würstchen bist, dann bist du ne arme Sau. Wenn du dich angesetze nicht, dann wanderst in den Bau. Bist du aber ein reicher Mann, dann kaufst dich einfach frei. Wie Geld man alles kaufen kann, das ist ne Sauerei. Die Grußchen lässt man laufen, die kleine spät man ein. Das ist doch nicht ganz richtig, das darf doch so nicht sein.